SERGA! Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Just Cause 3. In der letzten Mission haben wir ja den Rebellenabwurf gemacht. Und mal gucken. Wir haben jetzt ein Helikopter hier stehen. Erstmal nehmen wir die. Ich will die Waffe da haben. So. Jetzt die Dinger zerstören? Wir haben aber noch gar keine Wegmarkierung hier. Warte. Karte. Bis Elektra. Der Vorposten ist befreit. Okay. Nehmen wir den mal. Leer-Taste auswählen. Wegpunkt setzen. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Warte. 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 Dortmacht ist es das. Oh die sind ein bisschen zu groß. Au! Nein! Schön zerledert das Ding Gut, jetzt sind wir hier gelandet Existiert der Wegpunkt noch? Ich glaube nicht Nein Rebellenabwurf Die Waffen haben wir auf jeden Fall Fahrzeug Helikopter Ach, den haben wir jetzt erstmal in der Zeitung nicht Schade Karte Was haben wir denn da? Manetur? Ne Der ist befreit Boah, da müssen wir schon Auswählen Wegpunkt setzen Das ist der wahre General Gut Ups Was? Haben wir irgendwelche Fahrzeuge hier? Haltu! Waffen Ich will doch da nur rüber Hm Hm Geht doch Ups Leute Kommen wir mal gucken Wissen Boah Kommen wir mal gucken Dort Ist alles auch in unserer Hand? Alter, das Ding hört sich an, als ob die Bremsen bei denen runter sind. Dann nur Metall auf Metall schleifen. Da bin ich irgendwie LKW im Straßengraben. So, wie war das jetzt nochmal mit der Schützenposition? Legen wir los! Hui! Kampfgebiet. Gehen wir nicht aufs Ei hier! Dich wird niemand vermissen. Hui! Ich komme ja echt von überall. Da war ja noch der Heldmann. Kommuniziert jetzt mal, ihr Mistkerle! So, das Ding, das müsste sie auch gleich regulieren. Los, los. Läuft doch. Ohohohohohohohoho! Ganze Basis zerledert sich da mal eben so. Da hinten laufen sie schon Okay, damit ist das irgendwie nicht kaputt zu kriegen Hier oben liegt ein Snipernil, ja Ui Ich will da oben an der Snipergewehr ran Fledermaus-Style Das Ding sieht tödlich aus Hat noch nicht mehr so viele Schüsse Das Ding Aua Kommen wir denn Zack Da laufen wir nur zu viel So langsam nerven die ja mal Kein Problem Oh, Granate, alter Ha Oh Oh Was ist das? Bei der Oma haufen. Mann! Jetzt kratz halt mal ab hier. Zack. Hier sind Waffen. Was haben wir denn da schon? Hier. Alter, die Waffe ist ja mal geil. Hier ist doch eben gerade irgendwo ein Fahrzeug langgefahren. Oh, ein Granatwerfer. Hohohoho. Keine Munition mehr dafür. Scheiße. Schade, schade. Halt die Augen offen. Er ist immer noch da draußen. Ziel in Sicht. Deaktivieren. Gut, das machen wir mal. Wo ist denn die zweite? Wo ist denn die zweite Turbine? Hier. Nach da unten. Sehr gut. Jetzt ist die Turbine verwundbar. Ach. So. Oh. Ui. Irgendwo muss noch eine sein. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Leck mich. Ui. Schön, wie diese Benzintanks explodieren, Rico. Der nächste, bitte. Habe ich dich nicht zerstört? Weil die Waffe ist auf jeden Fall schon mal ein Geil. So, das Ding zerledert sich erstmal gleich komplett. Da glaube ich erstmal weg. Okay. Ähm. Okay. Oha. So. Munition wieder einsammeln. Äh. Ja. Scheiße müssen wir ja nochmal machen. Das ist schon wieder irgendwo einer. Das ist schon wieder irgendwo einer. Und jetzt mach halt mal. So. Und jetzt mach halt mal. Ui. Wie. So. Ja. Ja. Fremdliche Verstärkung. Volltreffer. Höö. Der geht auch gut ab, die Waffe. Ach, E-Halten zum Schützenposition einnehmen. Okay, jetzt weiß ich's. Was? Probieren wir ihn auch gleich mal aus. Probieren wir ihn auch gleich mal aus. Der rollt noch weiter. So, was muss ich hier noch zerstören? Kraftstofftanks muss ich noch zerstören. Da müssen ja irgendwo noch Kraftstofftanks hier sein. Da ist der. Ja, keine Chance. Da steht ja gut was in der Luft hier. Aber ich brauche immer noch Kraftstofftanks. Ja. Fahren wir mal weiter. Irgendwo müssen ja diese Kraftstofftanks noch sein, die ich noch zerstören muss. Ui. Also das Fahrzeug ist geil. Oh scheiße, auch noch ein Sniper irgendwo. Oha. Der ist weg. Irgendwo muss doch noch was sein. Das gibt's doch gar nie. Wo sind die? Ach, da drüben muss ich auch noch was deaktivieren. Okay, den habe ich auch. Da oben ist noch einer. Den habe ich jetzt auch. Ähm. Das Fahrzeug lasse ich hier jetzt mal stehen. Das nehme ich nachher mit zurück. Auf jeden Fall. So. Hier kann man irgendwo noch deaktivieren. Und oben müsste glaube ich noch der andere Wärmetauscher sein. Richtig. So. Jetzt habe ich eine Minute Zeit hier diese scheiß Dinger zu zerstören. Oh. Den hat sie noch besser besser. Ui. Wieipa. Ah, das ist wohl. Der ist immer noch nicht ganz kaputt. So. Und da sind ja auch die restlichen Kraftstoff-Tanks. wenn wasANG dann nicht passiert ist Und da ist ja. Da ist immer noch einer hinten. Das gibt es doch nicht eyr. Doch. Endlich. Jo. Urga Postolka. Dieses Fahrzeug ist jetzt freigeschaltet. Boah, das ist doch schon mal der erste Heli, mit dem wir was anfangen können. Und Fizz Electra ist auch befreit. Das ist doch top. Boah, bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.